Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand – Angebote für Messebau. MyverseRoute ist für den Disponenten ein webbasiertes Tool, was eben dem Disponenten erlaubt, die beste Route zu identifizieren, je nachdem, welche Kriterien Sie zugrunde legen. Wollen Sie die schnellste Route, wollen Sie die kostengünstigste etc. ist Realtime-Data, das heißt, Sie haben die aktuelle Verkehrssituation, Sie können die Ankunftszeit kalkulieren, die Kosten, Mautstraßen identifizieren, aber eben auch Lkw-spezifische Einschränkungen machen. Viele der bekannten Programme oder Apps sind basiert auf Pkw und kalkuliert auf Pkw. Da haben Sie natürlich als Lkw-Fahrer manchmal Probleme, weil Sie Fahrtbeschränkungen haben und diese App ist tatsächlich dann eben explizit auf Lkw basiert.